Sie sind hier, vergrößern, verkleinern John Patrick und Ludwigsburg gewinnen den Krimi in Frankfurt Urheberrecht Getty Image 10. Februar 2019, 7.14 Uhr Die MHP Riesen Ludwigsburg sind 6 Spiele in Folge ohne Sieg. Bei den Fraport Skyliners soll die Wende her, doch die Hessen sind wieder erstarkt. Es ist das Duell der Enttäuschten in der BBL, die Fraport Skyliners, aktuell auf Rang 13 in der Tabelle, empfangen die MHP Riesen Ludwigsburg, BBL, Frankfurt, Ludwigsburg ab 15 Uhr live im TV und streamen, die aktuell auf Rang 9 rangieren, für beide Teams gilt es den Anschluss an die Playoff-Plätze nicht zu verpassen. Fast schon traditionell ist die Partie für ihre enorme Intensität bekannt, die Tendenz der Frankfurter Basketballer zeigt nach oben. Erstmals gelangen den Hessen zwei Siege in Folge. Anders dagegen die Lage in Ludwigsburg. Dort gab es zuletzt wettbewerbsübergreifend sechs Niederlagen in Folge. Wenn bei dieser Ludwigsburger Mannschaft die Verteidigung greift, sind sie eine typische John-Patrick-Mannschaft. Durch viele Spielerwechsel und Verletzungen fehlt ihnen bisher aber noch ein wenig die Konstanz. Wir selber wachsen aktuell mehr und mehr als Team zusammen und wollen an die Spiele gegen Oldenburg und Karlsheim anknüpfen, erklärte Skyliners Gutsch-Klaus-Pervas vor der Partie. Punkt. Ludwigsburgs Kapitän David M. C. Krey forderte seine Mannschaft, nach der 26-Punkte-Pleite unter der Woche in Russland auf zeitnah ein anderes Gesicht zu zeigen.